Heute sprechen wir darüber, warum ich keine Klammerprothese empfehlen würde. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße euch. Heute haben wir das Thema, warum ich als Zahnarzt keine Klammerprothese einem Patienten empfehlen würde. Dazu gibt es bestimmte Gründe. Grund Nummer 1 ist der Abrieb des Zahnes durch die Klammer. Zweiter Grund ist die Deaktivierung der Klammern selbst. Das heißt, dass die Klammern, wenn die so sitzen, etwas weiter werden. Und dadurch dieses Weiterwerden der Klammern folgendes verursacht. Der ganze Zahnersatz ist locker. Und der dritte Grund ist die Kariesanfälligkeit, die erhöhte Kariesanfälligkeit der Zähne durch die Klammern, weil sehr viele Zahnbelege an den Klammern, unter den Klammern und an den Zähnen haften bleiben. Ich möchte euch einen Fall aus unserer Praxis zeigen. Ein Patient, der eine Klammerprothese trägt. Diese Klammerprothese kann man auch als Modellgussprothese bezeichnen. Unter bestimmten Klammern hat er Karies auf diesen Fotos. Sieht man das an? Schwenken wir mal direkt zu den Fotos. Auf dem ersten Foto sehen wir die Modellgussprothese. Auf dem Modell sehen wir eine Doppelklammer zwischen den beiden oberen Backenzähnen. Und genau direkt darunter befindet sich diese kariöse Stelle. Die haben wir entdeckt, als wir die Kontrolle gemacht haben. Bei Abnahme der Klammerprothese konnten wir diese Stelle zwischen den beiden Zähnen erkennen. Dort waren Essensreste. Und die haben wir dann entfernt und konnten sehen, da ist Karies drunter. Wir haben das aufgebohrt und gesäubert zwischen den Zähnen. Man sieht am linken Zahn, hinter dem linken Zahn, auch eine dunkle Stelle, aber diese war arretiert und oberflächlich war der Zahn dicht. Also arretiert bedeutet, es ist eine alte Kariesstelle, die durch Aufnahme von Mineralien aus dem Speichel wieder fest geworden ist. Und deswegen haben wir diesen Bereich nicht aufgebohrt und gefüllt, sondern beobachten diese Stelle. Zwischen den beiden Zähnen haben wir allerdings das aufgebohrt, gesäubert und zwei Füllungen gemacht, sodass dann auch im Klammerbereich das wieder in Ordnung ist und auch ganz normal belastet werden konnte. Und das war es auch wieder zum heutigen Video. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Ich wünsche euch alles Gute, schaut euch die nächsten Videos an und bis zum nächsten Video. Ciao!